Wichtig ist halt zu wissen, was erwartet uns bei 2020 und dafür brauchen wir keine Glaskugel. Das wissen wir eigentlich jetzt schon, was in 2020 kommt. Wir wissen, dass die Welt radikal vernetzt wird, dass sie immer billiger vernetzt wird, dass Leute immer mehr online sind, dass wir die Realität zwischen Mensch und Technologie komplett verschmelzen. Wir werden in den nächsten fünf Jahren Dinge erleben, die uns wirklich wie Science Fiction vorkommen. Automatische Sprachübersetzung, Verbindung von Gehirn und Internet, Augmented Reality, wo wir Dinge in einer Brille sehen, so wie Google Glass das probiert hat, Datenanalysen, die vorher tausende von Leuten benötigen, die jetzt mit einer Person und smarter Software stattfinden, die Automatisierung von Marketing, jedes Medium zu allen Zeiten, zu allen verfügbar. Wir werden also Dinge sehen, die uns wirklich vorkommen, wie Star Trek oder wie Oblivion vielleicht, wenn wir Pech haben, oder wie Blade Runner, solche Dinge. Punkt Nummer eins ist, dass wir momentan eine exponentielle digitale Transformation durchmachen. Das heißt, wenn Sie linear zählen, kommen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf 7. Wenn Sie das natürlich exponentiell tun, sind Sie auf 128. Der springende Punkt ist, wir sind jetzt nicht mehr bei 0,001, was sich verdoppelt, sondern wir sind bei 4 und der nächste Punkt ist 8. Sie kennen vielleicht Moore's Law, das besagt, dass sich Chips alle 24 Monate verbilligen und verdoppeln in der Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir sagen, auf einmal werden Dinge möglich, die wirklich absolut undenkbar waren. Das Paperless Office zum Beispiel. Automatisierung von Prozessen. 54 Prozent unserer Arbeitsplätze werden in den nächsten 20 Jahren der Automatisierung zum Opfer fallen. Angeblich. Hoffentlich nicht meiner oder nicht Ihrer. Aber wir reden von Umwälzungen, die Technologie bringen, die wirklich radikal sind. Und da sind wir jetzt nicht an dem Punkt, wie man nach guter Schweizer Sitte, ich bin übrigens Schweizer Bürger seit vier Jahren, deswegen über Schweizer Rede rede ich von mir, nicht von da. Das heißt also, das fällt uns ja auch schwer, diese exponentielle digitale Transformation mitzumachen. Wir sind ja in der Schweiz sehr interessiert an Technologie. Jeder hat alle Gadgets. Es gibt in der Schweiz übrigens 13,4 Prozent Millionäre der Bevölkerung. Kein Wunder, dass wir so viele Sachen kaufen. Da haben wir also großes Interesse daran, aber das ist hervorragend geeignet, um uns ein bisschen zu beunruhigen. Zwei gute Bücher zum Lesen. Exponential Organizations von meinem Freund Juri van Geest. Und eins, wo ich auch einen Artikel beigetragen habe, The Future of Business. Beides momentan nur auf Deutsch. Also ganz wichtig, es geht eben um Jetzt. Und die Möglichkeit zu sagen, dass wir sagen, wait and see, die gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn Sie schauen, was sich in den letzten paar Jahren schon getan hat, der Shift zur digitalen Plattform, alles wird mobil, alles wird sozial, alles geht online, es wird connected. Was wir jetzt auch erfahren haben, natürlich in den letzten paar Monaten oder Jahren, angefangen mit Yes, we scan, mit Präsident Obama und Snowden, Vertrauensbrüche werden auch exponentiell verstärkt. Wenn Sie schauen, die Kette anschauen, von Yes, we scan, Snowden, Obama, zum FIFA-Skalal und zum sogenannten Dieselgate, wenn Sie einmal Vertrauen verloren haben als Marke, dann ist das jetzt noch viel stärker als vorher. Das ist auch, was Technologie macht. YouTube, Twitter, Facebook, Social Media.